Hallo, mein Name ist Marta. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Polen, aber seit fünf Jahren wohne ich in Passau. Hier mache ich meine Ausbildung als Beamtin im Gehaubene Dienst in der Stadtverwaltung Passau. Gehaubene Dienst heißt in Bayern dritte Qualifikationsebene. Die Stadtverwaltung beschäftigt ca. 800 Mitarbeiter und jeder von euch hat schon mehrfach unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen. Personalausweise, Kfz-Kennzeichen, Baugenehmigungen oder Straßenausbesserungen, das sind nur wenige unserer Aufgaben. Und jetzt zeige ich euch einen unserer Ausbildungsplätze. Wir befinden uns jetzt im Bürgerbüro. Hier kann man Personalausweise abholen oder ein neues Autokennzeichen beantragen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Sie besteht aus einem juristischen Studium im Hof und aus einem Praktikum in der Stadtverwaltung. Es gibt einen genauen Ausbildungsplan. Jeden Monat wird man in einem anderen Amt eingesetzt, um möglichst viele Arbeitsfelder kennenzulernen. Als Beamte im Gehaubene Dienst kann man viele verschiedene Aufgaben haben. Man kann zum Beispiel Steuerbescheide erstellen oder Bauanträge bearbeiten. Hier in diesem Büro werden zum Beispiel Wahlen und Bürgerentscheide vorbereitet. Dazu muss man entsprechende Gesetze kennen und sie dann in der Praxis einsetzen. Man hat auch viele Kontakte zu Bürgern, so dass es immer wichtig ist, kontaktfreudig und höflich zu sein. Warum gerade diese Ausbildung? Es ist eine Ausbildung für alle, die sich für ihre Stadt interessieren und sie gern mitgestalten möchten. Man hat nach dem Abschluss einen Beruf und ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Egal ob Bürgerbüro, Ordnungsamt, Standesamt oder die Stadtkasse. Es wird bestimmt langweilig. Die Azubis haben gute Chancen auf Übernahme und verdienen schon während der Ausbildung knappe 1000 Euro monatlich. Man hat dann eine sichere Stelle im öffentlichen Dienst und ganz viele nette Kolleginnen und Kollegen. Was kann man sich mehr wünschen?